Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen von dem Mazda-Stand. Ich bin hier in unserem Mazda-Ikone, der MX-5, der wurde vor 25 Jahren für das erste Mal in Chicago vorgestellt. Das Auto hat einen Riesenerfolg gehabt. Wir haben davon mehr als eine Million verkauft auf drei verschiedene Generationen. Jetzt, nächstes Jahr, kommt auch die vierte auf der Welt. Wir sind sehr gespannt und ein Wunsch für alle, die so ein Auto noch immer besitzen, behalten Sie das Auto. Das Auto wird noch am Wert gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020